Hey, hey, hey Leute, hier ist wieder Let's Play Crazy Games mit eurem Crack, 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 Crazy Memphis. Oh yeah! Ja, im Hintergrund laufen Black Ops 2 Multiplayer Part. Mit einer kleinen Beast Mode von mir natürlich. Leider hat unser Team verloren. Das Team war leider nicht so gut drauf dieses Mal. Kommt leider mal vor, aber ist halt so. Ich habe, glaube ich, 21 Kills und 7 Tode. Wie gesagt, für mich eigentlich eine ganz gute Runde gewesen. Fürs Team Win hat es natürlich nicht gereicht. Aber was soll's. Ja, ich habe, wie gesagt, erstmal ein Standard-Team-Deathmatch natürlich auf Stand-Off. Ich habe die PDW-57 mit Chully. Leichtgewicht, Plünderer und extreme Kondition ist mit eingepackt. Meine Punkteserie ist das UAV, die Hunter-Killer-Drohne und Lightning Strike. Ja. Das war eigentlich, wie gesagt, eine gute Runde für mich. Mir hat es so gefallen. Ein paar blöde Tode natürlich wieder dabei gewesen. Ein paar Noob-Tode. Bin ja kein Profi. Ja. Dieses Video soll eigentlich ein bisschen Information bieten, was gerade so ein bisschen bei mir abläuft auf dem Kanal. Deswegen mache ich das, weil ich denke mal, ihr guckt halt eher die Videos anstatt die Informationen allgemein zu lesen. So mache ich das halt meistens auch immer. Ich lese die Informationen entweder hinterher oder meistens gar nicht. Ja, also auf jeden Fall. Ich habe ja auf meinem YouTube-Kanal den Mortal Kombat Playthrough am Laufen. Den musste ich leider Gottes abbrechen. Oh, hier ist ein schöner Doppelkill. Guckt euch das an. Nice. Ja, auf jeden Fall. Den musste ich leider abbrechen, weil ich einen Aufnahme-Crash hatte. Bei zwei Parts. Und ist halt so dumm gelaufen. Ich hätte, wie gesagt, die Story komplett neu anfangen müssen, um zu dieser Stelle wieder zu kommen. Und das ist mir echt zu blöd gewesen. Deswegen habe ich das gelassen. Habe es dann auch quasi auf der Playlist hinterlassen, dass es halt abgebrochen ist wegen Aufnahme-Crash. Ja, das wäre auf jeden Fall schon mal das eine. Das zweite ist Dark Souls Playthrough. Ist bei mir natürlich auch noch auf dem Kanal vorhanden. Nein, keine Angst. Der wird nicht abgebrochen. Der pausiert nur momentan. Der hat keine Lust. Der will erst mal schlafen quasi. Nein, Scherz beiseite. Den habe ich jetzt pausiert, weil ich, wie gesagt, die Schwierigkeiten habe mit dem... Ja, aufnehmen allgemein mit der Qualität. Es befindet sich ja leider kein HD bei mir. Oder ich habe kein HD zur Verfügung momentan. Jedenfalls nicht fürs Aufnehmen. Ist ein bisschen blöd, aber okay. Deswegen, also Black Ops 2 Multiplayer wird definitiv weiterlaufen, weil ich finde, für das Gameplay hier braucht man nicht unbedingt HD. Ich finde, man sieht ja hier alles recht gut, wenn man nicht unbedingt auf Vollbild macht. Ja, ähm, was gibt es denn noch zu berichten? Ach ja, genau, richtig. Dead Space 3 wird ja demnächst bei mir auch dann kommen. Habe ich auch schon angekündigt gehabt. Allerdings werde ich es im Koop spielen. Ich denke mal, das wird mega funny werden. Ich habe da auch schon einen Kollegen, der da auf jeden Fall Bock drauf hätte. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ihr könnt euch auch drauf freuen. So. Äh, blubb. Versprecher mal wieder, okay. Äh, ja, ihr könnt euch auch drauf freuen. Ich denke mal, es wird mega lustig für euch und für mich. Äh, für uns, wie auch immer. Ähm, ja. Oh, schöner Hunter Killer. Oh, das war noch nicht mein Kill, da habe ich irgendwas anderes mit abgeballert. Sehr schön. Ich habe auch meinen Lightning Strike, den benutze ich gerade noch nicht. Keine Ahnung warum. Aber naja. Ähm. Ähm, ja, gab es noch irgendwas? Ne, das war es eigentlich an den Informationen. Ich hoffe, dass es erstmal so reicht, dass ihr Bescheid wisst. Dass ihr mir das nicht alles böse nehmt und mir trotzdem quasi noch ein paar Videos guckt. Ähm, es wird sich auf jeden Fall noch alles bessern. Und, ähm, ja, okay, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns zum nächsten Let's Play Crazy Games. Ähm, ich wünsche euch natürlich einen schönen Tag, wie immer. Danke euch fürs Zusehen und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hostel UAV above. Sticky out! Concussion out! Grenade's hot! Grenade, get out of there! Ah! Nervous! Move it! Be advised, hostile stealth chopper inbound. What do you need? Move it! Ah! Kill confirmed. Time for down. Drop it! Get out! Oh! Shooter! Shooter! Ah! Stitched him up. Down. 3 Pull it together we're taking a beating Hostile UAV, above. Concussion out! Move it! Dropped him. Terrible effort. Regroup and rearm. Attack and spotted. That's it. Shot out. Move it! He's gone. Get out! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018